Das Potenzial für die Entwicklung von Sturmtiefs ist in den nächsten Tagen hoch. Schon Donnerstag und Freitag wurde unsere Wettercom-Live-Cam hier oben auf dem Feldberg im Schwarzwald von Orkanböden mächtig durchgeschüttelt und gleichzeitig von Mutter Natur auch noch gründlich gewaschen. Also die Cam ist jetzt definitiv sauber. Das Potenzial für Strom ist relativ groß, weil derzeit die Temperaturunterschiede zwischen dem eiskalten Nordeuropa und dem sehr milden Mittelmeerraum groß sind. Und an dieser Konstellation wird sich erst mal nichts ändern. Demnach saust ein Tief nach dem anderen über uns. Und mit dem westlichen bis südwestlichen Wind kommt nach wie vor sehr milde Luft zu uns nach Deutschland. Und dementsprechend ist der Winter jetzt erst mal abgemeldet. Und da die Luft feucht ist vom Atlantischen Ozean, fällt auch zeitweise Regen, speziell an Heiligabend im Norden und Osten Deutschlands. An der Nordsee bzw. an der Ostsee kann es ganz vereinzelt ein paar nasse Schneeflocken geben. Ansonsten ist es Regen, der fällt im Laufe des Tages ein paar Schauer in der Mitte. Aber im Südwesten kommt zur Bescherung dann schon wieder der nächste Regen. Ins Land gezogen, deutlich freundlicher und trockener der Süden. Dann am ersten Weihnachtsfeiertag in den Alpen Topwetter, viel Sonnenschein. Das Achtungszeichen steht für die enorme Lawinengefahr. Nach dem kräftigen Schneefall mit den Schneeverwehungen ist es wirklich sehr verlockend, in die Alpen aufzubrechen. Aber wie gesagt, Achtung, die Lawinengefahr ist sehr hoch. Im Nordwesten hingegen logischerweise nicht. Dort fällt zeitweise Regen bei Temperaturen von bis zu 12 Grad. Im Osten wird es meistens trocken sein, unbeständig, teilweise nass. Dann der zweite Weihnachtsfeiertag sehr windig im Oberharz, möglicherweise Sturmböen, die dann dort drohen. Am Dienstag wird es dann ein bisschen trockener sein. Vor allem an der Küste kann es dann sehr windig sein. Im Süden hingegen relativ ruhiges Wetter und mild gehen dann auch die Folgetage weiter. Am Mittwoch dann teilweise Regentropfen im äußersten Norden. Und stürmisch verläuft dann auch der Donnerstag, speziell im Bergland, dann auch direkt an den Küstentemperaturen bis zu 12 Grad im Südwesten. Und so ähnlich auch der Trend dann für den Freitag bis zu 13 Grad im Südwesten. Es bleibt hochtemperiert.